Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breaking Point 2 bei Air France 23. Wir machen heute weiter und gehen zum nächsten Kapitel, Kapitel Nummer 5 ist das. Und zwar in Japan. In der Saison 2022 noch ein Vollrennen ausstehen, gibt Kottos bei Donales, um in ihrer ersten Saison in Air France ein Zeichen zu setzen. Kottos, hier ist noch was für dich. Ausverkaufte Federticker? Gut, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge noch. Also, Anfang der letzten Folge. Bei der letzten Groupie haben wir immer noch aufgrund der Warenbestände einige wichtige Verkaufszahlen nicht erreicht, aber die Nachfrage ist immer noch hoch. Die haben wir schon vollkommener Artikel, sehen fantastisch aus. So, Nachrichten. Jetzt ist wieder ein Anruf. Davidoff? Connor, ich dachte, ich rufe mal an, um ein bisschen zu plaudern. Warte, wie viel Uhr ist es bei dir? Das tut nichts zur Sache. Ich wollte vor dem Rennen einen kurzen Bericht. Okay, ich habe veranlasst, dass du alle Daten bekommst. Vielleicht haben sie es vergessen. Ich werde... Nein, nein, nein. Ich habe alles hier. Ich habe keine Zeit, das alles zu lesen. Wie sieht es aus? Das Auto läuft gut. Die Daten sind solide. Das gesamte Team scheint zuversichtlich zu sein. Und basierend auf den Prognosen bleiben wir bei der ursprünglichen Reifenstrategie, die wir besprochen haben. Wir werden sehen. Gut. Und die Jungs? Jeder bleibt für sich, also kein Feuerwerk. Aiden ist ein wenig ruhig, aber das ist normalerweise ein gutes Zeichen vor einem Rennen. Und Devin ist... Ich habe mit Devin gesprochen. Er ist bereit. Oh, okay. Mach weiter, so. Viel Glück. Wir sprechen uns bestimmt später. Ich habe mit Devin gesprochen. Er ist bereit. Ich habe mit Devin gesprochen. Er ist bereit. So. Abdeck zum Auto. Okay. Na dann, geh mal rein. Hey, Boss. Ist es für kurze Zeit? Ja. Während der Filmeindustrie überlegt hat sich die Position verzögert, sodass die Dreharbeiten in der nächsten Woche stattfinden werden. Und zwar direkt nach dem Rennen wochenend das Grand Prix von Spanien. Das kommt mit einem gefahren Testtag in der Mitte der Saison in Katalonien. Devin hoff möchte, dass Gott aus mir zu verlaufend gesagt hat, wie möglich bekommen, wenn es einfach für die Dreharbeiten eingehalten wird. Denn wir können realistischerweise nicht beides vereinbaren. So, ich sage es nur ungern. Devin hofft auf recht. Der Film ist eine gute Gelegenheit, um ihn zu verpassen. Gott ist bald auf die große Lärmung zu bringen. Ist für das Team eine tolle Chance. Die Erhalt von Publicity können wir nicht kaufen. Devin hofft auf. Warte mal, haben wir noch irgendwas mit Tests? Devin hoff leitet dieses Team nicht wahrscheinlich, sondern nicht. Die Tests und die Performance und die Strecke haben Priorität. Wir müssen den Film absagen. Hm. Publicity oder Tests? Ich mache den Film. Ausnahmsweise mache ich mal was anderes. So, Japan. Während des Rennens, der Blutenskleidungsverrennen ist eben auf dem Bestweg, an der seine Bestleistung am Steuer des Connorsport-Autos abzuliefern. Noch acht Runden hier in Japan. Früher war eine Lieblingsdrücke, mittlerweile mag es nicht mehr so. Das Box ist doch fester. Es ist schon dabei. Überall ist Bottas vor Grunde acht. Wo ist denn Bottas? Bottas ist wahrscheinlich das Auto, was vor dem AlphaTauri hier vor uns ist. Oh. Wo ist Bottas denn ein Achter? No, also nur da. Der brennt mich jetzt ein bisschen ein. So, schön in der 130 Ehrer. Ich bin doch jetzt mal vor der Kurve. Ja, ich glaube, das bringt nichts in der Kurve zu überholen. Nee, nee, das macht keinen Sinn. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 6,2 Sekunden. Also zwei Autos vor uns ist Bottas. Vor uns ist das in Sides ist das vor uns, okay. Und davor ist Bottas. Okay, du bist in den Top 10. Ja, vorbei an Sides, Gott sei Dank. So, der nächste ist das Ziel, das ist wie Bottas. Und das ist der nächste Boxenstopp hier in Suzuka. Aber Aiden Jackson kommt rein. Er hat sich heute immer weiter verbessert und Connorsport braucht ihn. Sie brauchen dringend ein paar Ergebnisse, aber was ist denn das hier? Das brauchen Sie bestimmt nicht, Stefan. Absolutes Chaos in der Garage. Wo ist mein Rad? Im Moment sind nur noch drei Räder im Wagen, Sascha. Aiden Jackson sieht verzweifelt aus. Hier kommt das Ersatzrad. Ja, das ist viel zu lang, diese Wartezeit, die man hier im Cockpit absitzt. Was ist denn da bei Connorsport los? Der Reifen ist endlich am Auto. Ist das das falsche? Ist das nicht der falsche Reifen? Stehen kommen. Ne, jetzt sehe ich die Rüste. Okay, ist rot, ja. So, wir müssen jetzt versuchen, wahrscheinlich so weit wie möglich da vorne zu kommen. Oder den achten Platz. Wir haben natürlich übelst viel Zeit verloren, das ist aber auch irgendwo gelb. Keine Sorge, Aiden. Konzentrier dich auf das Rennen. Ziehen wir es durch. Oh, ja, zieh mir nicht auch vor die Nase. Echt langsam. Jetzt müssen wir den Alpha Taurie da vorbei, der hat wahrscheinlich gerade ein bisschen langsamer gemacht. Jetzt habe ich wieder zu Noda vor der Nase. Jetzt müssen wir den 13. So, jetzt greife ich an. Und dann ging es zu Noda. In der Haarada. Ja, wir haben ihn. In Japaner. Vor Butler ins Ziel. Wo ist ein Butler? In sechs Runden Zeit. Warte, das ist circa zehn Sekunden weg. Den müssen wir jetzt erstmal kassieren, ja? Nichts ist blaues. Im Idealfall erstmal links zu kassieren. Die sind alle beieinander gerade da vorne. Das könnte ein kleiner Vorteil sein, dass es zumindest mit so viel Zeit kostet. Aber wir haben halt nur auf sechs Runden, ne? Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Ja, ja, ja. Da ist Butler. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,1 Sekunden. Den habe ich schon mal weggeholt. Aber der hat ja Probleme. Der hat ja die gelbe Flagge vorgesagt eben gerade. Der lässt mich rechts vorbei, oder der lässt mich links vorbei. Aber mach nicht beide Seiten zu. Gut, der darf das, ja. So, Leben, jetzt habe ich natürlich Norris neben mir. Den ich jetzt erstmal gar nicht... Jetzt habe ich erstmal Norris überholt. Und jetzt hole ich mir noch den Gas-Rimate hinterher. So, ich bin jetzt wieder Sainz wie da. Sainz und Botta, das ist das Perlchen in Japanne. Und davor ist Butler. Sainz und Botta, das ist das Perlchen in Japan. Ich bin jetzt wieder unter. Ich verbote, wenn man Butler drin kommt, irgendwas. Das habe ich so ein bisschen gerade im Gefühl. So, Leben, ich muss das Gas rausnehmen. Ich halte das Sainz hier gerade übelst auf. Ach, Alter. Ich komme nicht vorbei, weil ich... Müssen ich jetzt wieder meine Speziallecke hier nehmen mit der H-Nadel. Du hast es auf P9 geschafft. P9. P8 mittlerweile. So, der nächste ist der Teamkollege. Wie gesagt, ich vermute, dass da noch gleich was kommt. Der wird nochmal irgendwas in Mohamed Schilde führen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder hat er sich mittlerweile gebissen. Wie gesagt, ich halte von ihm nicht allzu viel. Da ist zwischendurch zu viel passiert. Auch hier schon im Team. Wie wir in den ersten zwei, drei Kapiteln gesehen haben. Und jetzt ist Butler dran. Butler und Hamilton zu den nächsten zwei. Und davor... Das ist doch... Ne, also, das ist es nicht. Wahrscheinlich Okon oder sowas. Etwa fünf Runden kommen wir mit dem Benzin nach außen. Ne, alles gut, alles gut, alles gut. Der Abstand zu deinem Hintermann versucht, dass ich jede Runde deutlich. Gute Arbeit. Wie gesagt, ich vermute, dass da noch irgendwas kommt. Der wird uns nicht kampfloser gehen. Er wird sich nicht kampfloser gehen. Genau das meine ich. Aber wie gesagt, das hat Zeimts immer auch schon gemacht, die Aktion. Er lässt mich nämlich nicht da. Der Ausgang, der ist es vor Ort durch. Oh, jetzt wird doch ein Fluss vorbei. Ich habe jetzt erwartet, dass er noch was von mir selbst war. Irgendwas noch mal riskiert. So, jetzt hole ich mir den Hamilton nach vorne noch. Oh, Kon und Hamilton sind es. Ja, ich habe es schon erwartet. Er hat sich mittlerweile auch schon wieder weiter überholen lassen. So, nee, vorne sind jetzt Bocon, Hamilton und Bafors Russell. Und tschüss, Bocon. 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 Und tschüss. Okay, jetzt muss ich ein bisschen mich konzentrieren, dass ich vielleicht den Butler noch kassieren kann. Wieder. So, jetzt bin ich zumindest wieder hart da, aber jetzt muss ich, ich will den Butler da vorne kassieren und den Ocon. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen meine Probleme mit dem Reifen, also ein bisschen nicht. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen reinfinden. Ja, Mann, ich wollte, ich wollte zu viel gegen Hamilton, das war meine Schuld. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen reinfinden. Ich habe ihn zumindest in Sichtweite da vorne. Damit möchte ich dich kriegen, das ist klar. Aber hier vorne das Bärchen, die möchte ich beide zumindest haben. Oder zumindest den ersten davon, den Tim-Kollegen. So, jetzt bin ich zumindest wieder eine Runde, später dann vorsichtig mit der Körpersicherheit zu riskieren, was sich geht. So, den ersten, der zwei habe ich. So, schön angekündigt, das Buden vorbei und nur gone. So, der nächste wäre dann Louisville, aber mal gucken. Das wäre die letzte Runde, vielleicht kriege ich doch nochmal 1053 rein. Ein bisschen aufpassen, wenn ich da wieder... Letzte Runde, los, letzte Runde! Ich glaube, Sex wäre da so mit an. Das sind auch keine Wastel, aber wie gesagt... Äh, Quatsch, her mit einem Wastel natürlich. Ja, kriege ich denn noch? Fragezeichen. Also, ich war ja eben in der Hanna, da war ich ja dran, schon wieder an Butler. Das könnte jetzt auch nicht mit mir nach Hause passieren. Vielleicht gibt es immer noch Platz 4, das wäre natürlich toll. Also, ich vermute, es wäre ein Podium drin gewesen, wenn ich nicht den Dreher gehabt hätte. Aber kriegen wir 10 oder kriegen wir nur 8? Da fällst du noch mehr, 12? Frage. So, jetzt greifen wir Hamilton an, hin und durch, in der Harnadeln als Lieblings-Ecke und jetzt versuchen, vielleicht so eine Russell über die 130 Grad zu kassieren. Da wäre es Platz 4. Red Bull führt, Verstappen vor Perez. So, es gibt jetzt nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, vielleicht sogar noch Platz 4 mitzunehmen. Nein, mein, 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 mein Problem ist dann Russell vorbei und jetzt sind wir dritter Efferter. So, ich habe das nicht das Problem, dass der Russell angreifen will. Zieht aber zurück. Der sagt jetzt nicht, nee, hier gehe ich rein. Verslappten gewinnt vor Perez und Leclerc. Das ist eigentlich mehr oder weniger klar. Ich vermute, wie gesagt, unter dem Dreher wäre es Platz 3 geworden. Aber so ist es auch okay. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Part Fermé. Gut, ohne den Boxster wäre es wahrscheinlich so nachher da vorne gewesen. Aber wir haben es geschafft. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Da hatten wir aufstehen können durchaus. Das war der Dreher, der hat es richtig Zeit gekostet. Sonst wäre es vielleicht auch noch Platz 3 oder 2 geworden. Da hat es heute noch mal Platz 3 vielleicht, ja. Oder zumindest den Schlag, der sonst gebracht hätte. Aber wie gesagt, meine eigene Schuld. Ich bin da ein bisschen zu vorschreiben gegangen in der Mitte. Ich dachte, das kriege ich da an der Ecke. Hat er sich nicht mit sich machen lassen. Ist halt so passiert. Trotzdem Platz 4 am Ende noch. Eben, Sie wissen bestimmt, was ich fragen werde. Der Boxenstopp war eine Katastrophe. Was ist da passiert? Was soll ich sagen, Herr Cindy? Zuerst das Problem mit dem Auto und dann das. Ich werde einfach weiterfahren. Aber ich freue mich schon auf den Tag, an dem der Rest des Teams etwas auf die Reihe bekommt. In den sozialen Medien wird diskutiert, ob Devin im Team bevorzugt behandelt wird. Denken Sie das auch oder ist das eine ungerechtfertigte Unterstelle? Nur mal schön draufhauen. Ich habe mich bei Mühe mitzuhalten. Also sollte er vielleicht wirklich ein wenig bevorzugt behandelt werden. Ich mache nur Spaß. Was immer Devin hilft, hilft dem Team. Es ist in Ordnung. Die Probleme mit dem Auto, die Zusammenstöße zwischen Ihnen und Devin und die Probleme in der Box scheinen sich bei Connorsport zu häufen. Wurde schon darüber gesprochen, wie das Team in der nächsten Saison aussehen könnte? Da Sie und Devin anscheinend nicht miteinander auskommen? Standardantwort. Ich habe natürlich schon über die nächste Saison nachgedacht. Aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Jetzt geht es erstmal um Connorsport und darum, möglichst viele Punkte zu holen. Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Es gibt Gerüchte, dass Sie im nächsten Twottle Zone Film mitspielen. Können Sie etwas dazu sagen? Ich könnte doch nicht richtig ansehen sein, ob die Aktion... Komm, wir machen es einfach mal. Wir hauen noch mal schön drauf. Er macht es ja nicht genau anders. So, damit beenden wir dann heute Kapitel 5. Das kriegen wir schon wieder einen tollen Anruf. Sprich mit Niesen. Nö. Nö. Weshalb du dich noch mehr anstrengen musst. Hör zu. Ich habe versprochen, dass ich nichts sagen würde, aber die Top 3 reden. Und? Sie haben uns schon kontaktiert. Es könnte noch ein paar Verhandlungen geben. Aber behalte das für dich, okay? Natürlich. Ohne Zweifel wird es etwas Kerangel geben. Du hast einen Vertrag für eine weitere Saison, aber deine Hartnäckigkeit ist aufgefallen. Hm. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gar nichts. Du solltest das gar nicht wissen. Ich gebe das nur ungern zu. Aber Connor Sport kann nicht mit dir mithalten, Aiden. Tu mir nur einen Gefallen. Ja, sicher. Du musst so hart arbeiten, wie du kannst. So viel wie möglich aus dir herausholen. Der, wo ich dich an ein besseres Team verlieren, kannst du das für mich tun? Na klar, kein Problem. Guter Junge. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Wir sprechen uns bald. So. Klar. Ich bin raus, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr mit dem Kapitel Nummer 6. Wir sehen uns heute um 15 Uhr mit Abonnanz zu gew travel. Immer entspricht die Sterne für andere Wasser am 14 Uhr mit dem Kapitel Nummer 6. Wir sehen uns heute um covid diesen Sprach kommt. Damit sich die Schmerzen wie die mit recolligen. Wir sehen uns hier mitnacht. Wir sehen uns ungefähr noch 1 bis��오.